Hallo! Ich find's der Stefan. Aber jetzt kommt nur der David. Hallo! Ja, ich war so extremsturrisch der Oika. Das ist eine Runde auf Kanälchen. Kanälchen! Battlefield 3 Team Deathmatch. Mit 9 Metern. Der David kriegt sein Handy. Du kannst ja gerne mal wieder... Das geht halt. Das kannst du vergessen. Bist du echt die Hand dort drinnen lassen? Ich hab's schon vorgekommen. Das ist ein Oberflugzeug. Das ist eine gerne Zeitlupe. Mama geht schon. Das war das Mikrofon. Warte mal. Jetzt seht ihr es dir mal wieder zusammen. Also. Ähm. Ja. Das muss weiter zu mir. Damit man mich besser hört. Ja, aber wie willst du dir Hand rein geben? Haha. 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 Ich kann fast nicht mehr. David. 3. 3. 3. Bitte. Ich will mich nicht. Haha. 96. Da brauche ich ja. Echt. Hm. Das ist gut gewesen. Haha. 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 Jewish. Haha. Ich bin. Vorher krankerte 47 zu, was 17 oder 18? Das war 54 zu 18. Ok. Und jetzt dann? Na ja 0 zu 3. Das ist nichts verloren. Eben. Das war ja mein Penis. Haha. Frien herumschwingen bitte. Haha. ha ich glaube der Glitch der Bewerbungen Woford seit dem Verhältnis der Städte aus dem Bordwarten die Führung der Wettbewerbsung auf die Leitflusten warum schießt du da auf den Lustrum die von Dornen der Konzentrieren er stirbt er hat zusammenbrot aus tür zu besprechen und nimmst eigentlich auto auf er war so lustig war wenn es die zwei audiospielen der spiel mit vertauscht dann ist es auch los für die falsche audiospielen ja das war lustig wie das passiert so viel jetzt einmal noch mehr ich bin nervös auf der g-taste nun ist das geld verdichtet ja langsam wird schon ein bisschen ich hätte sie sich bekommen aber außen ruder außen dies ist 0 sinnvoll aus dem Ruder das ist ich glaube ich habe es wirklich über das Leben aus dem weil sie dann auch die von den Hälften aus dem Ruder es noch mehr wir haben zu werden wenn wir verarbeiten immer nur so anmerkend 5 Künstler Földer jetzt ist sowas ist am Wochenende das ist interessant und es ist jetzt nicht der Schicksalte der Zauber Es war ein Schicksal. Meinst du, wenn du sterben möchtest? Er hat da jetzt nicht so viele Schüsse verschenkt und hätte die nicht zusammenbrochen. Er hat die schon lange mit Fressen geklappt. Er hat die Schicksal. Er hat nicht einmal mit Fressen gewischt. Er hat die Schicksal schon wieder nicht geklappt. Er hat keine Ahnung. Er hat die Schicksal. Er hat die Schicksal. Er hat keine Ahnung. Er hat die Schicksal. Ich bin nicht so nervös. Ihr habt eine Schicksal. Ich bin nicht so unnötig. Wollen wir das Mikrofon haben? Mikrofon. Das ist ein Mikrofon. Das ist ein Mikrofon. Ja. Und jetzt. da ist auch schon sogar die Knappe er wird die Hälfte und so zu können aber so wie es war so gut schon eigentlich nur in der Welt das stammt da hat sich hier die schon mehr ist glaubst also die mit ist die ist die Gäste ist was da war ich ja noch wirklich schocken audiobeschreibungen wenn wir hinten wenn man mehr stilfe der flüge der flüge der blieb ein zudem und die Summe denn hätten die Grappe der Rechte das ist es eigentlich ist gut zu kommunizieren die Hälfte wird nur noch das ist die Hälfte Mama der Lüge sind zu einem Grundschuss und als immer 20 nächster er umbringen ja sehr zum Besuch muss werden die Redner recht viel mehr müssen konzentrieren muss und das steht von Miet er war so wie so oles von reden nur los auch nur die anderen stehen sie oder oder los den Wegrenner sie sind oder von der anderen umbringst er weißt du ein oder 8 Prozent sind gehabt weil es ist es jetzt nicht so ein Schuss braucht es sind in der Klinik nicht zuerst werden sowohl was er und dann das sind umbruch der mit zu viel umbruch so gut wenn man so ich lehrte wurde zusammen die freundlichen Wenigstens kann man C4 da nicht so schmeißen. Ja, ok, das war nur ein Schwuler. Suche meine Pehnen. Eine Pehnen kann man schmeißen. Suche meine kann man nur schwingen. Dann klatsch es und dann... Dann ist es vorbei, weil dann hast du keine Chance mehr. Ja, wir müssen mal ein bisschen Stimmung reinbringen. Nein. Wie war es jetzt, wenn wir eine Granate geschmissen hätten? Mama! Oh Gott. Stoß? Eigentlich passt es jetzt mal wenigstens von der Kategie her, aber unsere Stimmung ist ja wie ein Buh. Ein Buh-Buh-Buh. In Anus. Anus oder Vakina? Wahrscheinlich nicht das Gleiche, oder? Ja. Im Bauch, ey. Das war der Stefan. Was? Das? Das? Das habe ich mit dem Mund nachgemacht. Ja, ich weiß. Granate. Wie war es mit Leben? Wie war es mit Sterben, gell? Ja. Längst ist einer. Hm. Bist du kein Miniman? Nein. Nimmst du eigentlich eher auf? Ja. Lass mich in Ruhe. Ja, sehr gut. Ich glaube, dass du den umbringst, oder? Okay. Aufs oxidieren Sie schon mal hin respecto. Nein, Moment. Hören zu den nächsten Wochen. Warum? . er hat die Blutten ich bin doch hier ist er auch mal wieder ich bin wie da wurde ist und sie zu die sich wird der kuschelstürmer und gar nicht mehr reden muss wo er der voraus bei der rechnlichen Füchelst wir haben wir nicht so wir haben da so sehr lehrt die Zuschauer ja schiss auf die Leiche und nicht auf die Duster neben mich jetzt kriege ich Lust auf Happy Wheels Happy Wheels Kranate was ist denn eigentlich der KD? Nein Besser wie deine überhaupt Ja aber der Ender Schicksal ist ein Triple Kill geschafft Oder ein Fünf-Foch-Kill aber ich muss nicht untertreiben Wir liebten wieder Ich hab den Jumpen auf die drauf gerade Hey schlag ich mich auf den Tisch Nein Na Was die zwei Mal haben müssen Hm so schaut es sich aus wenn der Double Kill rennt Im Mehrkinder herum Wo fuck Der Double Kill mit der Geopft sind Warte gehen Warte ich bin Das 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 Warte ich bin Du liegst wirklich Du liegst wirklich Der hohe provoziert nur Das Das kommt doch Mama Schwulisch Prozent Park auf was bei uns die Berliner Schicksalz ist wichtig die Kürze Köln Oder nur massakrieren. Du bist ganz draußen, oder? Ich bin so ein kleiner Analysator, weißt du? Analysator. Mhm, zicka. Anus-Lysator. Du bist nicht wahr. Es ist so unnusig. So traurig du mir rachen? Ja. So traurig du mir nur lieben. Ja, man muss. Na. Ich lege ihn zu. Ja, killpick du mir den an. Schau, das ist... Na, also der Stefan, der traut sich nicht selber spielen, weil der Hund so schlecht ist. Und darum tue er mal so. Vielleicht was auch nur dem Ding, der in der 25 SP ist, maximal lässt. So ganz cool im Hintergrund eine reden will. Oder was er auch tut. Nicht mehr will. Und er kann eigentlich nichts. Ja, aber er kann gar nicht reden. Er kann reden. Das reicht doch schon. So lange reden und das zweite kann ich schon reden. Ja, bitte lass ihn vorbeischrehen. So richtig vorbeijumpen mit drei Leben. Und dann vielleicht was wischen. Ja. Oh, der Adolfix hätte trotzdem einen Hatchet geschaffen. Der Mutter hat auch einen Hatchet geschaffen. Hm. Wie? Mit einem langen Lauf. Wie? Wie? Das ist eigentlich sowas für unlogisch? Ja, das ist super. die aber auch von Bokko Kuhn die Proven das wird er liebt der Schicksal ist es ist das Zutaten Führer der Begrüß die Atmosphäre zu die Wendel kommentieren die Offensive errennt in der Schlachtfeld zu seiner Recht hatte er einen Gegner gehabt der mit einem Level von 31 und einer gesonderten 100 Prozent der Gesunde die Leiste und dann sinkt der auf 0 Prozent und das zweite mal hat er nun einen gegen fast ihn lassen und nur einen einfachen händler ist daher gleich ein gegner steht als sakitake nokti der ihn locker weg spritzer damit bald gerade seine freiste direkt seine kopf der seite und die zu dem thema er gilt leute jeden tag fünfmal und das täglich in die will immer nicht auf Das ist kein Problem, weil ich ein Arschloch bin, weil ich nicht so ein cooler Hoverbrillen, was 500 Gameplays spielt und dann eins rausnimmt und da fühlt es sich geil. Ganz ehrlich. So? Ja, das bin ich nicht. Weil wir machen so etwas live und das ist alles. Ist das etwas zu finden? Ja, oder? Das kommt mir vor ein paar Therapien. Etwas hat mir eine kleine Wohnung. Und das kann er sich leisten. Mhm. Weil er genug Geld verdient, dass alle drohtun. Wie? Wärm schauen. Ich hab ihn auch immer geschaut. Führer. Wie? Nimmer. Ja, also. Zitter. Oh, was ist das nicht so richtig? Weil ich geil bin. Ja, oder? Weiß Bauern einfach, dass ich nicht so richtig. Ich bin geil, ja. Das sieht ein Robert Heinrich aus. Der ist sicher der Kultiker. Nein. Stefan. Schüler von gerade. Ja, das ist sicher der Kultiker. Für die, die mir jetzt auf Facebook-Ad entfällt, ich bin nicht schlug. Und ich bin nicht schlug. Oh, ich bin wieder draufgemobiner und auch die Freie schlug. Was? Na, los, фx. Na, los, 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 los. wieder und hier kann jetzt habe ich auch mal ein guter und er gehabt und es kommt gerade auf 20 minuten hin das heißt es ist ein zähner part nein das bleibt das blicken wir nicht das blicken fix die schnitz und dort wird nichts gesplittert ist an 17 minuten und zwanzig ja 1,6 wir haben es gesehen stefan wird mir sein handy nicht auf lautlos geschaltet Nein, 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 nein. Du weißt nicht, wo das schon war. Was?! 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 Okay! Das war der Stefan zu den letzten Worten. Tschüss, Baba!